Willkommen zurück zur World of Warcraft mit einer Eule, die auf mir draufsetzt. Könntest du mal runtergehen? Das ist echt, ja, ich weiß auch nicht. Warte mal, Moment, ich muss erst... Okay. Vergasen! Und ein Megalink ist auch dabei. Wohl auch vergast. Ja, ja, auch irgendwo unter der Eule. Ja, unter dem pelzigen Tier, das eigentlich mehr Federn hat als Pelz. Aber nur gut, ähm, was machen wir denn heute? Ähm, zocken. Cool. Und was machen wir so? Also, ich hab Tetris, was hast du? Äh, ach, ich hab sehr viel, weil es ist ja grad wieder Steam-Sale. Ach, fang nicht damit an. Ah. Scheiße. Wenn ich dir sage, wie viele Dinger in meinem wahren Kopf waren, bevor ich dann auf Kauf gedrückt hab und mir dann gedacht hab, nee, das kannst du nicht machen. Nein, das geht nicht. Ja, geht mir ähnlich. Nein, ich hätte mindestens schon das Doppelte ausgegeben. Ah, furchtbar, 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 furchtbar. Ne, manchmal musst du einfach an den gesunden Menschen verstanden glauben, weißt du, und einfach zu dich selbst fragen, kannst du es verantworten, auf einmal 300 Euro bei Steam auszugeben? Nein. Richtig. Es geht nicht. Keine Kopfschütteln. Ach, Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Geht doch. So, schon ist er ruhig. So, ähm, ich hab gehört, wir wollen heute nach Sul-Track. Ja, machen wir gleich mal. Ich weiß zwar nicht, wo es lang geht, aber wir gehen da hin, hab ich gehört. Ich geh links rum. Mach du links rum. Ich drück mal hier auf den Button. Dann war er weg. Zack, wumms, und weg. Auch weg. So. Und dann reiten wir mal geschwind wie der Wind auf nach Sul-Track. Ein ganz tolles Gebiet. Ich hab die Trolle ja fast vermisst. Wo ist er denn hin? Ich seh ihn gar nicht. Da lang. Egal. Follow me. Schilden sie an. Ich, ich follow you. Immer Richtung stinke Füße. Kann man schon von hier aus riechen, die Trollfüße. Nee, dann halt ich doch lieber die Nase Richtung Blümchen in den Wind, weil da kommen Blümchen, die ich brauche. Ach, er schon wieder mit seinem Blümchen. Aber lass dich nicht töten, hier sind die Gegner teilweise Level 77 oder mehr. Ja, ja, und Elite. Und Elite. Da ist so ein schöner Kristallbaum da hinten, ja. Muss man ja doch sagen. Hier haben sie sich noch Mühe gegeben. Obwohl sie sich eigentlich auch weiterhin noch Mühe gegeben im Level Design und sowas. Ich glaub, ich sag mal die Fischschuhe ausmachen. Hier blinkt ein Punkt an. Ja, hier sind immer viele. Vielleicht solltest du einfach die Disco-Kugel bei dir abschalten. Das würde schon viel helfen. Ach du, die habe ich erst angemacht, weil ich höre ja gerade Lieder davon. Ah, okay. Die 80s. Die 80s. Ah, da ist der Kurze, ja. Wollt ihr mit Kurze? Ja. Das ist ein Wolf, kein Golf. Hast du schon mal einen VW Wolf gesehen? Ich habe doch gesagt, er reitet auf Rolf. Mich greift gerade ein Wolf an. Das ist wahrscheinlich nicht Rolf. Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht nach einem Namen gefragt. Vielleicht solltest du das mal tun. Nö. Erst nach Namen fragen, dann töten oder so. Nicht? Ich reite einfach weiter. Okay, dann reite du einfach weiter. Die Wied entdeckt. Hey. Oh mein Gott. Ich habe einen Flugmeister entdeckt. Yeah. Hey. Hey. Ach, da kommen wir jetzt hoch. Gerade hoch, die Schläge. Da, wo ihr jetzt seid, war ich schon vor einer halben Ewigkeit. Ja, nie. Ist klar. Ja, doch. Ist wirklich so. Guck mal auf, deine Tick-Tack, die geht falsch. Hallo, die rechnet immer in halben Ewigkeiten. Okay. Ne? Auch morgen um drei halbe Ewigkeiten vor halbe Ewigkeit muss ich auch wieder zur Arbeit, ne? Ach, du Klingel. Das dauert ja mal in Ewigkeiten. Erinner mich. Ne, 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 eine halbe. Okay. Oh, da ist ein Erz. Leder Wasser Tür. Ich meine, das Erz brauche ich nicht mehr, weil ich inzwischen schon so weit geschmiedet habe, aber ja, man kann es ja bestimmt noch verkaufen. Ach, siehs, ich habe vergessen, hier mein Zeug wegzuschicken. Verdammt. Au! Ja, ist schön, alle gepult. Finde ich gut. Wie schafft ihr es, da Leute zu pullen? Nicht wir, er. Ah, okay. Entschuldigung. Wie schaffst du es, da Leute zu pullen? Ich bin eine dicke, fette Eule. Ja, und du bist nicht zu übersehen. Und von mir gibt es heute nur eine Beule. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Oh Gott. Nee, Gott, ab da haben wir nichts zu tun. Nicht? Nein. Okay. Umso besser. Gott, er ist ein Erd. Ich habe Akro. Ich habe Akro. Warum? Weil die nicht mochten, dass ich Erd abbaue. Er hat mein Gesicht gesehen und ist wieder weggelaufen. Ja, das würde ich auch tun. Töten. Darum müssen wir die doch erst später töten. Und ich habe gleich ein Quest-Item. Quest-Item. Ja. Oh, tatsächlich. Jetzt war aber da hinten hier noch so ein Erz. Da. Ja, also das muss ja jetzt sein. Also so viel Zeit muss drin sein. Und wenn deine Fans dich lassen? Du weißt, wie ich mit Fans umgehe. Ich töte sie einfach. Ich meine, irgendwie müssen ja die inaktiven Abonnenten ja zustande kommen. Ja. Abonniert. Fan sein. Dann getötet worden von mir. Genau. Ich nehme mal. Ich nehme das Fragezeichen. Das nehme ich danach. Ich will das Fragezeichen gleich auch haben. Lass mal eins über. Nö, wir lassen dir das Ding jetzt auf. Das ist auch so viel Zeit. Okay. Haupte, dass ich kriege irgendwas. Ich bin ja heute so gierig. Hat er das nicht zu Ende abgebaut? Willst du mich verarschen? Ach, ich habe hier den... Ach so. Den Typen abgebaut. Wo? Ich habe gar nichts gemacht und Quest-Complete. Das ist natürlich... Praktisch. Ja, das ist doch schön, ne? Ich habe es für dich erledigt. Bin ich gut. Du musst es alleine machen. Ich gebe dir mal ab. So. Ach, ich nun wieder, ja? Hast du auch das Nachfolge? Ich wäre es angenümmt? Aber natürlich auch. Es ist schein. Ich bin ja auch ramponiert. Okay. Ja, also... Wenn schon, denn schon. So, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ne? Ich hoffe nicht. Guck mal, da fliegt jemand. Rackamuffin. Ich muss mal da hinten ein Ghule klopfen oder sowas, ne? Ach, ist das jetzt schon? Oh, nee. Oh, nein. Ich hoffe, die Quest funktioniert inzwischen mit dem... mit dem selber zum Ghule werden und sowas. Weil der Armat hat dir auf jeden Fall nicht funktioniert. Super. Yay. Da war noch einer dahinter. Das ist ein sticke Fuß. Kriege nicht ins Target jetzt. Hohle mal nicht rum, ja. Nur weil er nicht in dein Target will. Es ist nicht, dass du jetzt, ne, rummeckern darfst. Ich kriege ihn nicht angeklickt. Ach, mir ist das doch im Endeffekt egal. Ach, na dann. Solange ihr den umhaut und ich die IP dafür kriege. Also kann das nichts werden, Leute. Macht mal Damage. Macht mal Schaden hier. Ich muss mich ausruhen. Manche Dinge ändern sich nie. Auch nicht 2016. Ich hab mal den geholt, den wir brauchen. Kaum war ich mal beim Kriegerlehrer, schon mache ich mal ein bisschen mehr Schaden hier. Ey, Wahnsinn. Ich so. Ich weiß auch nicht warum. Oh, was haben wir da? Kommt denn da? Platte. Brauche ich nicht. Oh, oh, oh. Äh, nö. Versuch war es wert, aber nö. So. Mal sehen, ob ich jetzt da hier zum Erz rankomme. Oder ob mich die zahlreichen Kakerlaken dann umhauen werden. Aber den konntest du früher auch sehr gut aufleveln. Hast du einfach nur rauf und runter getötet und hast dadurch schon Level gekriegt hier. Okay. Ich meine, jetzt geben sie nur noch 800 EP. Früher war es genauso viel wie so ein normaler Mob auch und sind halt sehr schnell erledigt dann, ne? EP-Hakel, das ist cool. Mach weiter so. Bin ja am Trinken und kriege EPs ohne Ende, finde ich gut. Na, apropos trinken. Könnte ich auch mal eine Runde. Hier mal wieder. Immer nur am Saufen, die Leute. Immer dasselbe hier. Furchtbar. Ich hab die Agro. Ja, die darfst du auch behalten. Oh, danke. So. Auf zur nächsten Ghoul. Ich hab noch keinen Ghouls, aber... 50 Stück muss man jetzt genannt haben. Meinst du? Nee, weiß ich. Ach so, du weißt was. Wow, das muss ich mir gleich mal rot in den Kalender eintragen. Ja, das sind wirklich zerfallene Ghouls, die fallen ja einfach um. Ich hab nur keinen Sabber dabei und die Monster keine Innereien, ne? Ja, weil ich die immer weggelotet hab. Ach so. Deswegen hab ich ja schon alle 5. Ach so. Kennst du das ja? Dann kann ich ja jetzt anfangen zu loben. Ich brauch jetzt nur noch Ghouls, aber... Oh, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Glaube ich. Eventuell. Ach, ich hab keinen Mann. Ich denk, warum kann ich den nicht holen? Komm her! Ist auch weg. Wo ist er denn? Ach da. Hat er wieder Freunde. Damit er nicht so alleine ist hier. Ja, ich musste ziemlich lange rufen, bis er endlich kamen. Du weißt doch, was lange ruft, ne? Ja. Was kommt endlich her oder so ähnlich? Hey, ich hab ne Innerei. Hey. Yeah, hey, hey. Komm, hab ich nicht mehr mein Instant-Loot drauf, ne? Schon kriegst du deine Innereien. Ist doch Wahnsinn. Wollen wir nicht. Ist einfach rein hier, ne? Sind ja dann doch irgendwie schon Mangelware. Ich erinnere mich, das war die schon immer. Ja, du. Du bist ja auch Profilouter. Yes, Dicker. Wir haben auch einen. Okay, ich verbessere. Ich hab auch einen. Vogel. Ja. Den ja. Nicht schlecht. Nicht mein Loot. Mensch, geht mal woanders looten hier. So kann ich nicht looten. Ich schütte ja auch ständig die Akku, also kann ich auch looten. Warum auch immer du die Akku kriegst. Na gut, weil du wahrscheinlich in dem Moment kurzzeitig mehr Schaden gemacht hast oder sowas. Wahrscheinlich. Und da ich halt kein Tank bin im Moment, ich mir das dann auch belatte. Die Opfergaben, ne? Davon krieg ich wieder drölfzig, aber den Sabber. Willst du einmal Sabber-Sabbern? Und dann kriegst du wieder nix. Typisch. Das ist doch viel angebunden. Kommt eine Eule, geflogen. Hey, eine Innere. Gleich haben wir hier sämtliche Ghule in der nächsten Nähe vernichtet. Ne, also die Geißel ist dann besiegt bestimmt. Die haben einfach die falschen Leute eingesetzt, als sie die Geißel besiegen wollten. Hätten uns von vornherein hinstellen sollen. Wir töten schnell, als es respawnen kann. Ja, sicher. Ja, sicher. Ein ganzer. Deine, einer ist zu viel. Komm, mach, wir. Stinkst. Nö, nö, nö. Ja, hinter mir ist doch einer. Hinter dir ist einer? Wo bist denn du, Adda? Hinter mir. Vor dir? Hinter dir? Oder vor dir? Jetzt da hinten ich noch einer. Ich darf sie beide nicht looten. Das kriegst du mal angezeigt, aber... Ich brauche einen Heiltrank. Da ist ein Heiltrank. Hey, geil. Du bist tot. Du brauchst keinen Heiltrank. Brauche ich den Wanner. Noch bin ich nicht tot. Warum hau ich jetzt den? Den brauche ich doch nicht. Aber jetzt bin ich tot. Ja, super. Hey. Wieder geschafft. Pflicht tot. Yes. Ich muss mich erst mal hinsetzen. Oh, die Idee ist gar nicht falsch. Mach ich auch mal. Immer diese Leute, die sich eben mal hinsetzen müssen. Weißt du? Kaum sind sie ein, zwei Tage älter, ne? Schon müssen sie sich ständig hinsetzen. Ja. Ne, aber drei Minuten mal durch die Gegend laufen, ist nicht. Dafür sterben wir nicht ständig. Ja, ne? Die Jugend von heute ist nur am Sterben. Genau. Deswegen bist du auch ausgestorben. Aber ich respawne immer wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. So habe ich jede Eiszeit irgendwie überlebt. Und irgendwie auch nicht. Da hat bestimmt einer beim Plattenspiel auf Repeat gedrückt. Doch. Die Platte hat in die Schramme. Jeder mal abgeben. Wie, du hast schon den ganzen Sabber? Ja. Was bist denn du von der Fussack hier? Gib dir mal einen Tipp. Der krabbelt in der Gegend rum. Den brauchst du nur aufgeben. Ach so. Oh. Und ich töte die ganze Zeit deswegen die Gule. Guck mal, neben dir ist einer. Und da hinter dem Gule ist einer. Ach, schnauze ich jetzt da hinten. Oh, guck mal, er hat schon einen Geil. Wow, endlich mal. Wow. Ja, wir treffen uns. Oh, toll. Ich habe zwei. Ja, Ami, wir warten, ne? Nimm zwei. Wir werden Karten spielen. Bei einer Rauchung. Ja, schon wieder Eis. Ist nicht wahr. Müssen wir uns jetzt schon verkleiden? Ist das die? Yay, nimm vier. Ja. Darfst du ihn verkleiden. Yay, nimm fünf. Du hast aber eine Zeit, ne? Entschuldigung. Guck mal hin. Habe ich eine Zeit? Hast du eine Zeit? Nö? Nö? Ja, da gab es später irgendeine Quest mit Zeit. Ja, stimmt. Aber die hier ist das nicht. Ja gut, dann komm, dann lass. Jetzt müssen wir aber den Mammut aus dem Weg gehen, ne? Sonst schlägt er uns. Ja, sonst haut er uns um. Oh, das würde ich auch so tun. Guck mal, da kommt er. Guck, guck. Ey, wir sind welche von euch. Spinn wohl. Ja, nix da. Warum pullst du die? Weil das kann. Kann ich die Haut? Ach, dann kommt man aus der Verkleidung raus, wenn man so haut. So, du kannst ja wieder reinstecken. Die anderen sind ja jetzt green für uns. So. Ich bin auch ein Ghoul. Hey. Ghoul Power. Jetzt kann ich sabbern, ne? Probier mal. Nö, funktioniert nicht. Eine Monstrosität mit einem Ausrufezeichen. Ja, warte. Ich will auch da sein. Ich nimm's dir weg, das Ausrufezeichen. Nein, das ist mein Ausrufezeichen. Oh, da kommt noch einer. Der will auch drängeln. Ey, finn ich schon schock, ja? Oh, hinten anstellen. Oh, von hinten. Nee, nee. Den mach ich nicht platt. Warte. Ich bin auch da. Ja. Oh mein Gott, schnell. Gib dem Ghoul Zucker. Das kann ich. So. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Ghoul getötet. Na ja, sie werden ja irgendwann wohl mal wieder respawnen. Ich glaube, nicht so sicher. Nein. Müssen wir das jetzt jeder machen? Ja. Super. Schön. Gut, dass wir gerade in die gleiche Richtung laufen. Ja, lauf doch einfach in eine andere. Ja, hab ich mir auch gerade gesehen. Das mache ich jetzt auch. Amiga kann da dir bleiben. Jetzt behalten. Hey, ich hab einen. Yay. Mein Teller hat noch keiner angerührt. Oh, das Kro-Beut ist wieder da. An der Ecke beim Händler. Ich muss auf den Teller drauf spucken, dann mögen die das mehr. Ich spuck da immer drauf. Ja, eben. Mit extra viel Nichtliebe. Hier ist keiner mehr. Der rennt jetzt weg von dem Teller. So doof. Dann ist er dann. Du hast vergessen, drauf zu spucken. Ja. Ja. Noch zwei. Ich habe erst zwei. Du brauchst nur noch zwei? Ich brauche nur noch zwei. Verdammt. Hallo, sobald ich weiß, wie eine Quest funktioniert, und nicht den Zabber von dem coolen Lauf sammeln will, dann funktioniert das ja. Einer noch. Können wir das schaffen? Hier liegt ein Erd rum. Das ist mir jetzt egal. Ich werde mal die Quest machen. Sowieso ist das nur Kobalt. So Kobalt geil bin ich nicht mehr. Na dann. Ist das nicht Nadenn? Von mir aus auch Nadenn. Mir egal. Könnt ihr euch mal entscheiden. Ich bin ein Tauber im Dreck. Ich habe erst vier Gule gefüttert. Er nun wieder. Die sind keine. Und getötet. Das kommt noch dazu. Schlimm. Oh ja. So. Quester geben. Nächste nehmen. Ach so. Ne. Erstmal hier. Aussoben. Was für eine tolle Questbelohnung ich haben will. Ähm. Ja. Ne? Ist ja alles scheiße. Nehmen wir einfach mal das. Ne? Gut. Breit. Kein Gulen. Das gibt es doch gar nicht. Dann. Würde ich mal sagen. Mache ich mal erstmal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von World. Und Wurkwaf. Wenn die anderen beiden auffällig sind mit dem Zucker und den Gulen. Schauen wir mal. Bis denn. Schauen wir mal. Tschaui.